So, und die muss müde werden, weißt du? Ja. Nicht korbeln, wenn sie zieht, lass sie ziehen, und wenn sie nicht zieht, dann kannst du korbeln. Dann hebst du mal hoch, korbeln. So, dann wieder runter, korbeln, hochheben, und beim Runtermachen kurbelst du eins. Genau. So, hochheben. So, runter und ein korbeln. Und? Immer so weiter. Merkst du das? Nicht so doll, nicht so doll, du greifst sie wieder ab. Du musst langsam machen. Okay, sie ist müde. Nee, die ist noch nicht müde. Doch, die ist müde. Die ist noch nicht. Ich hab, glaub ich, zwei. Nee, da hängen nur sie mit links dran. Langsam, immer langsam. Langsam, langsam. Du musst nur in der Nähe ziehen, komm nicht zu lang. Langsam. Aber nicht hochheben, lass den Wasser rausheben. Dafür ist der Ketter. Nur herziehen, Tom. Nur herziehen, Tom. Zum Kescher hin. Hoppa. Danke. 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 Danke.